Wie cool das ist, gell, Carla? Ja, voll krass. Wie machst du den coolen Player und dreht sich dabei eine Rolle? So mag ich auch werden. Hey, kann ich mich hier noch dazusetzen? Ja. Danke. Bitte. Es ist die Sabrina. Ich weiß es nicht. Bist du die Sabrina? Ja, das bin ich. Warum? Weil du bist richtig gut. Wie wird man denn so gut? Hm, ja, das ist ganz, ganz viel Training. Da muss man ganz schön viel Ski fahren, viel ins Fitnessstudio gehen, viel Disziplin. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man ganz gute Parks hat oder gute Trainingsstätten. Die Jungs von Schneestern haben drüben gerade den Kinder-Slowstyle fertig gebaut. Das ist ein Snowpark, der speziell nur für Kinder entwickelt wurde. Es gibt kleine Kicker und auch verschiedene Obstacles. Da ist für jedermann etwas dabei. Eltern können es sich an der Parkbase und an der Tribüne gemütlich machen und euch ganz einfach zuschauen. Professionelle Coaches zeigen euch dann die ganzen verschiedenen Techniken. Nebenbei gibt es auch Sichtungstage und sonstige Events. Ihr könnt auch gerne auf eigene Faust Spaß haben, denn der Park ist jeden Tag für euch perfekt geschapt. Hey, ich habe gerade Zeit. Habt ihr Lust, mit mir mal rüber zu kommen und eine Runde fahren zu gehen? Ja! Los geht's! Ja, so stark, fahr so gut. Schaust, dass du wirklich gerade weg springst und nicht irgendwie schief drauf kommst, weil sonst fällst du rechts oder links von der Box runter. Hey! Servus! Glaubst du, meine zwei Kids können bei dir mal ein paar Runden mitfahren? Ja, hey, Sabi, voll geil. Machen wir eine coole Kluppe. Komm, gib mal Gas! Yeah! Juhu! Juhu! Und runter! Sehr geil! Voll gut! Yeah! Jawohl, geil! Sehr gut! Hey Kids, kommt doch mal her, ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Da noch ein blaues. Ist geil für dich, oder? Ja! Cool! Kids of Spy! Yeah! Juhu! Juhu! Juhu!